Daniela Janssen hat uns heute in der Werkwoche besucht im Rahmen einer Wette mit dem Landesjugendring des Landtages. Aber sie ist nicht das erste Mal hier in der Bleiberger Fabrik, sondern hat uns auch letztes Jahr im Sommer bei Ahoi besucht und mit uns gekocht. Sie ist sehr interessiert an unserer Arbeit, an dem, was Kinder und Jugendliche macht und setzt sich im Landtag auch dafür ein. Das finde ich klasse. Zum Beispiel die Skateanlage am Alten Klinikum ist mit durch ihre Initiative und die von Karl Schultheis realisiert worden. Und wir brauchen solche Unterstützer und Unterstützerinnen im Landtag, damit kulturelle Kinder- und Jugendarbeit weiter gefördert und unterstützt wird. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Aachen weiterhin mit Daniela Janssen im Düsseldorf vertreten wäre.